Ah, haben wir euch gestern genommen, gell, Long Ranger? Da ist er ja. Oh, er ist ja noch sauer. Uh, haben wir euch gestern Übels genommen. Da war es übrigens Pferd. Nicht 2 gegen 1. Alter, habt ihr auf die Fresse gekriegt, Digga. Oh, geil. Alter, ich hab noch das Set an. Nein. Nein, Digga. Geht gar nicht. Da ist er doch, Alter. Nicht mal Rogue, Alter. Wow, ihr seid ja Helden, Alter. Ihr habt's ja richtig drauf. Ihr seid ja so stark. Ganz komisch. Oh, die wurden gelegt. Aha, die wurden gelegt, Digga. Und die nächsten zwei Westen am Boden, ey. Nicht mal Rogue. Guck mal, guck mal, was für Helden das sind, Alter. Nicht mal Rogue. So stark sind die. Jetzt laufen die hier rum, Alter. Was sind das für Spieler, Mann. Ich wollte jetzt nur mal sehen, wie die so machen und wie so spielen. Dass ich da jetzt rausgehe und sage, okay, ist ja klar. Aber ich wollte mal sehen, was die machen. Ich bin alleine. Ja. Digga. Bergung wurde angefordert. Sie sind jetzt Gruppenleiter. Ein Reiterei-Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Ja, weiß ich, wie das funktioniert. Ja, weiß ich, wie das funktioniert. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Hm. 200 Telefon. Egal. Kommt. Feindliche Patrouille entdeckt. Der Bergungstelikopfer ist Mastam. Abtrünnigkeitsprotokoll eingeleitet. Was sind denn die anderen Helden hier oben? Kommt. Abtrünnigkeitsprotokoll wird eingeleitet. Kommt ihr? Die laufen wieder. Abtrünnigkeitsprotokoll. Ich krieg's nicht. Ich traf halt nicht. Abtrünnigkeitsprotokoll deaktiviert. 5 Sekunden bis zum Abflug. 5 Sekunden bis zum Abflug. Wir verlassen jetzt das Gebiet. Der Helikopter fliegt zurück. Macht's gut. Ciao. Ah. Fuck, Alter. Lauft. Ah, Mann. Ist das so billig. Ich geh gleich wieder Call of Duty, Alter. Ich schwör dir. So, das macht der Bob. Der Fenster rum. Ja, ja, ja. Oh, ich hab' die Felschäuerte eingeladen. Sofortige medizinische Hilfe erfordert. Agent außer Gefecht. Kontaminerausrüstung entdeckt. Der gegrennt wird. Entdecke Kontaminerausrüstung entdeckt. Entdecke Kontaminerausrüstung entdeckt. Aha. So ist das, ne? Ja, da muss der Lone Ranger aber schnell in Deckung gehen, ja, da muss er schnell in Deckung gehen. Komm, soll er raus? Guck mal wie der Loney allein ohne seinen Feind im Checkpoint bleibt. Hey, guck mal, guck mal wie fein der da drin bleibt. Tja, Loney. Scheiße, die zwei brauch ich nicht, die können wieder reingehen. Aber du kannst ja mal rauskommen aus dem Checkpoint. Wie wärs immer damit? Never go rogue player, ja. Ja, komm. Digga, musst du ein zweites Map beziehen? Ja, komm. Ja, Jungs, das Problem ist, ich mach ja Videos und jetzt geht er raus. Nein. Jetzt geht er raus, Alter. Ja, Jungs, was denken die Jungs von mir? Die Jungs, ich geh immer rogue. Der hat sich jetzt nicht rausgetraut. Nix. Konnte er das? Das kommt hier selber nicht raus. Waren auf! Sie haben die Gruppe verlassen. Rote Sprengzuchermine entdeckt. Gerne, Sie sind hier exklusiven Suchermine entdeckt. Das war's für heute. Das war's für heute.